So. Gott sei Dank klicke ich sie mal ganz schnell weg, damit ihr gar nicht seht, wann ich hier aufnehme. In dieser unchristlichen Zeit. Bist du bereit? Ich hoffe doch. Glaubst du echt, dass das reicht? Wofür hältst du den Seri-Clan? Was glaubst du mit meinem Ruf passiert, wenn ich doch ohne einen Kratzer abliefere? Komm schon, arbeite mit. Geht wohl nichts voran, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen Rüstung und ein paar Ausrüstungsgegenstände mitbringe. Ähm. Die sind doch alle ausgerüstet. Okay. Die sind doch alle ausgerüstet. Die Frage ist tatsächlich, was will das Spiel jetzt von mir? Willst du vielleicht doch in die Apotheke gehen? Boom! dann ist die frage wo ist die nächste apotheke bisschen ausrüstung paar aus ein bisschen rüstung und ein paar ausrüstungsgegenstände mitnehmen aber wir sind doch es tut mir leid aber ich ja da würde ich sagen muss ich da in der apotheke wahrscheinlich noch was mitgehen lassen also würde ich jetzt annehmen dann stellt sich aber auch die frage was ist denn pia so wie kommen wir denn da rein hier scheinbar wo eingang dran steht entschuldigung wer kann ich mir nicht leisten nur zur sicherheit irgendwo ein kombini so hoffentlich dürfen wir da jetzt rein aber ich habe mich doch schon ein klein wenig ausgerüstet was möchte das spiel denn noch von mir wir haben hier ganz viele rüstung an wir haben waffen und dann gehen wir wohl nochmal auf die reise das ist jetzt die frage ach was ist ja was dann machen wir eben kurz die substory zu ende wenn wir gerade sowieso schon nicht weiter machen können dann sind wir nicht ganz umsonst hier dann sind wir nicht ganz umsonst hier das ist das bücherregal das wir gebaut haben naja ich habe mir schon gedacht dass das passiert ich bin schließlich nur ein alter penner jo hör jetzt auf damit okay es ist nicht so als wäre das geschenk schrott gewesen das bücherregal ist hier nicht das problem die obdachlosen werden vom rest der gesellschaft nicht unbedingt akzeptiert für die sind wir nur stinkende schmutzige tunichtsgute äh taugenichtse die jederzeit aggressiv werden oder durchdrehen können ja das ist es nicht ein bücherregal von jemandem gehört in den müll tut mir leid kaskus an ich glaube mir ist der appetit vergangen wir gehen einander mal essen der ist einfach richtig niedergeschlagen ich sollte mal nach ihm sehen ja dann tun wir das wohl aber wir sollten vorher halt wirklich mal gucken ob wir gehen wir gerade glaube ich die straße hoch moment mal oi je also da kriegt noch das da dann gehen wir eben nochmal in den kombini und äh geben ein klein wenig geld ab sonst kommen wir scheinbar nicht da rein auf die gefahr hin dass wir bei einem kampf eventuell den kürzeren ziehen ach was mache ich denn was soll zum geldautomaten nehmen wir den abkommt so die apotheke also wieder die straße runter das spiel möchte ist so ich kann nichts dafür entschuldigt wo ist china jetzt eigentlich der da unten am fluss da unten so die 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 Das wäre ja Quatsch, wenn man das kaufen müsste. Aber ich, äh... Achso, ich könnte natürlich... Habe ich im Prinzip schon. So, Entschuldigung, bitte. Kann man die ganzen Bäume umrennen. Also wir sind auf jeden Fall ausgerüstet. Ich bin fasziniert, dass das Spiel das nicht so sieht. Aber es könnte ja auch einfach sagen, was es von uns möchte. Weil ausgerüstet sind wir. Ah, okay. Gehen wir endlich rein. Okay, gehen wir endlich rein. Schön, danke. Nice von dir. Jetzt wird's wohl ernst. Okay, es wird direkt ernst. Ja. So, wie geht's das? Ja. So, wie geht's das? Wie geht's das? Ja. So, wie geht's das? Ach, wir haben die schon mal umgeboxt. Wir machen das auch nochmal. Oh, die Musik. So, also, schauen wir doch mal. Wow. Ich glaube, wir sollten hier wirklich auf Nummer sicher gehen. Oh, wow. Da sollten wir doch erstmal hier gegen vorgehen jetzt. Okay, einer weniger. Mal gucken, wenn wir den erst aus dem Weg geronten kriegen. Ich habe ja noch ein paar MP aufgetankt. Oh, bleibt nur noch der. Der erste Welle überlebt. Oh, und ein Stück. Oh, mir sehr gelegen. Oh, nein. Na, eher ein Reihenweg, ne? Hey, die Tür ist offen. Oh, hier geht einiges ans Start, hier. Oh. Fällt nicht so, als ob wir uns durchlassen wollen. Dann vermöbeln wir sie wieder. Ja, die bescheuert. Hauen die einfach ab. Oh, hier geht's. Das war klug. Das war Nanba. Das war's. Das war's. Nanba, jetzt geht's. Wieso? Ne, ne, ne Mist, Nanba in der Kiste. Also, hochklärt er mich so. Hm, was jetzt? Können wir den Verbindingskorridor über uns versuchen? Vielleicht können wir links hoch zum Zimmer der Säuerabunds kommen. Ja, ist zwar etwas umständlich, aber das könnte gehen. Der Seiryu-Clan hat anscheinend auch die Tür für uns offen gelassen. Wend mal, da sind wahrscheinlich noch mehr Wachen. Versuchen wir es erst einmal über die Tür da drüben. Auf euch habe ich gewartet. War ja klar. Ja, hat's eh wieder nötig. Oh, der ist stark. Hast doch keinen anderen hinten oder noch? Ist leider nicht ganz so. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir... mal eben... Wo ist denn... Hatten wir nicht... so lustiges Zeug gekauft, was unsere TP hat? Äh, unsere... unsere MP? Ja, dreimal O-Long-T ist jetzt irgendwie nicht so lecker. Das geht nicht gut. Wow. Oh nein, Mutung. Oh oh, das ist nicht gut. Das könnte problematisch werden. Das ist nicht gut. Oh nein, Mutung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh nein, Mutung. Das wäre wahrscheinlich äußerst sinnvoll. Wäre wahrscheinlich äußerst sinnvoll. Oh nein, Mutung. Oh nein... Nur noch er. So, wir sind hier genau auf 0. Wir müssen gleich auf jeden Fall an Heilunen denken. Stufenaufstieg. Ja. Wir sagen auch, aber wir können alle zusammenarbeiten, dass wir es leichter zu unterstützen. Wenn man so einen Gedanken machen, dann kann man das nicht wiederkommen. Das ist die Gesellschaft. Ja? Das ist nicht die Wahrheit. Wir gehen. Ja. Ja. Ich habe nicht wirklich etwas, um seine TP zu regenerieren. So, wo wollen wir denn hin? Da wollen wir hin. Wo will ich annehmen? Die Neugierde zwingt mich. Entschuldigung, da raus. Ähm. Wo kommen wir her? Da auch. Achso, und hier kommen wir halt nicht durch, weil wegen dem Tor. Ja, dann bleibt uns ja jetzt nur noch der Weg nach oben. Habe ich mir fast gedacht. Da kommen wir ja nicht drum rum. Ja, dann geht's. Oh! Boom! wir finden hier dinge mal hier, was hier alles rumliegt wenn man halt mal eben auch alternative Türen mal anguckt, würde ich sagen abgegessenes Bento und dass das auf dem Boden rumliegt wo was das denn oh, der will es wirklich wissen eben in die volle Packung oh je der hält ja richtig was aus oh boy Er ist wahrscheinlich 10 und 1. Okay. Ich habe Glück. Garnicht gut. Garnicht gut. Garnicht gut. Oh oh. Garnicht gut. Garnicht gut. Ein Stuftaufstieg. Oh oh. Nach einem kurzen Umweg dringen Kasuga, Adachi und Nanba in das Hauptquartier des Seiyu-Clans ein. Dass das auf Gegenwehr stößt, war ja fast zu erwarten. Ob wir es schaffen, zum Patriarchen durchzukommen, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.